Hallöle Leute und herzlich willkommen zu Grand Fantasia ja ich werde dann gleich anfangen und erstmal was hat überhaupt gerade mein Poké gemacht ich glaub wir gerade trainiert oder in was ich hab's jetzt leider nicht gesehen aber auf alle Fall können wir uns eine Langbogen der ist im Geschlechter das kann man sich einfach mal was vertreten die Pfeile sind aber besser das heißt wir machen die erstmal bewegen genau bewegen ähm lasst mich mal kurz denken ja nein ich hab noch den plus 25% Trank dabei ok ach so ein bisschen andere hm 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 wir sind Level 11 das ist schon mal sehr gut ich mein Level 11 ach da ist jemand 10er Magier ah hallo ähm ja wieso erstmal Rüstung wechseln weiß weiß ist cool ich mag weiß das so ne ne ok ach die brauchen wir unbedingt das ist ganz wichtig ähm Pokémon fertig ich traine dir nichts doch traine ich schenke das nicht mehr Leute lacht nicht zu überlegen wer ist denn hier was ist denn die außenposten oh das traur ja dann erst mal verkaufen 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 so viel Zeit zum Verkaufen ja ähm ja aber vergibt es die Saal schon reden nichts gibt es zu sagen ne ich hab mich jetzt nicht dass ich euch wieder mal erzählen könnte ja ich habe nicht ich bin mir vorbereitet äh ich bin so schlecht aber hey cool es wird nach äh äh ähm 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 jetzt erstmal gleich schon spricht mit wie auch immer die Sammensch heißt ist der hier ja ach du bist das hallo so ok wir haben noch eine Quest fertig aber wo muss ich die abgeben nicht hier wahrscheinlich ist das im Castle nein wir sind hier in jeden aha vergessen tut mir leid Leute oh mein Gott ich hasse die Werbung warte ich tap mich kurz raus wenn ihr es seht dann seht ihr es halt und wenn nicht dann halt nicht ich hasse Werbung ne ich muss das gleich ganz anders hier aufhören eigentlich werde ich jetzt einfach wieder ganz hoch scrollen blablabla was jetzt da ich denke what the fuck was tut der Spaß da so jetzt passt alles also unvorbereit zu heute mal wieder aber ja ich bin Level 11 ich bin Bogenschützer ich muss noch mal schnell meinen Kopf zusammenfassen weil ich grad selbst nicht mit mir selbst mitkam Level 15 habe ich das auch schon ok Bücher Level 10 ah cool nächste Quest ok ja dann auf nach Yale äh warte nein na ja ja doch ja dann wäre ich jetzt das bisschen anders machen wo ist hier ist der Teleporter und Leute ich glaube ich weiß jetzt was ich falsch gemacht habe denn Bleibucht das war von Karsler ne ja erwartet ich hab's gestern noch gesehen Muschelhügel das ist das wenn wir ihn Ilia gestattet hätten ich wüsste doch Muschelhügel der war's jup ah das ist total weil ich hab gerade Leine äh Leine Frames Drops oh mein Gott mein kleiner Frame Drops über Frame mein Brüchter oh mein Gott ich kann schon wieder gar nicht mehr reden morgen bekomme ich die letzte Schulzeit zurück vor den Ferien glaube ich glaube ich ich glaube ich weiß es nicht genau ja bei uns ist heute der was ist heute Dienstag der 12 ich bin ja heute dran mit Hochladen yay das macht mich ja so glücklich ich bin so froh wie noch nie ich bin erst mal die Stadt hier mal sehen Christ 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 mehr können wir müssen gestern ich weiß es nicht wir haben keine Christ ähm äh okay dann halt nicht ist mir auch egal macht das halt nicht hoch woher kann ich sagen auch erst mal hier auf den Berg äh Leute ich hab jetzt richtig Maast dir gemacht hier ach man nein mein Gott ich bin sie dank wir gehen so äh ja das muss ich hier glaube ich irgendwann aber ach der alter ist da oben bei dieser alter ich muss abgeben diese ich wollte ja ich bin wieder richtig verpeilt ich habe schon sehr lange nicht mehr gespielt erstmal die quest abgeben und dann das so 1 2 3 4 so denn nämlich jetzt war das hier nein das war hier genau haben wir pro kurier ich glaube ich hab jetzt hier keine ahnung was wir bekommen haben Bohnen keine Bohnen auswählen ich habe das nie ich habe ja viele dinge in Kraft das ist ja noch nie gemacht also schlägt nicht durch okay das muss ich hier ja zu dass ihr ein bisschen herumgelaufen ich weiß jetzt nicht ob ihr wieder die Musik hört oder nicht denn jetzt nicht hört tut es mir sehr leid dann werde ich dieses Mal versuchen sie im Nachhinein einzufügen wenn ich das hinbekomme wenn ich es nicht schaffe kommt dieser Part erst morgen also dann ist es der dreizehnte wenn ich es schaffe und er hört die Musik dann kommt er heute am zwölften ganz einfach ist es so was ist das nächste ziel ach, da arbeitet jemand toll, das ist toll so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 oh mein Gott, das tut mir so leid ihr habt mich entweder gar nicht oder fast gar nicht gehört einfach nur weil ich zu dumm bin und oh man das ist scheiße, wenn ich so dumm zum scheißen ist Leute, es tut mir so leid ich nur hatte nur mein Mikro oben, also mein Headset-Ding ja, das hatte ich jetzt oben und deswegen tut es mir oh mein Gott, ich bin so inkompetent inkompetent, Apple schlagt mich, wenn ihr wollt flammt mich jetzt nur wegen dem ich ich würde mich grad selbst oh mein Gott, ich bin so inkompetent macht nichts dumm ist Tobias, dumm ist Tobias ja, da kann ich jetzt aber leider auch nichts mehr dran ändern außer ich schaffe es irgendwie, indem ich jetzt mit äh mit dem Renderprogramm äh ne irgendwie mache ja wir sind gleich Level 12 oder bald, ja 4 Balken, das ist süß, was ist das schon noch ein bisschen was ich hab hm hm nochmal fluff ah, dabei oh man jetzt, oh mein Gott ich bin wirklich ein bisschen so da oh mein Gott, diese Werbung lalala ich stell mich auch mal kurz raus freilich, so ein Open, so ein Open so hochscrollen hochscrollen und so ich stell mich für diese Musik ein ich werde sie, äh ups jetzt hab ich Leute geöffnet hoffentlich sie jetzt grad nicht denn sonst sind egal so äh Musik bisschen lauter gemacht dann hört ihr sie vielleicht besser schnell wieder ein Spiel und so 1, 2, 3, 4 sooo was müssen wir denn tun also die gestern wir suchen nach kranken äh die krankenäxen sind richtig schwule Dinger ich mag die nicht, das sind Börse aber ich denke wir geben zuerst das krankenäxen sind nämlich in dem Bereich wir sind schon richtig harte Dinger also die ziehen schon wenn sie an dir dran sind ziehen die ist schon echt gut ich hab ein Tee ja neben mir stehen ohhhh Tee ich glaub das ist ein Früchte-Tee Früchte-Tee best ohne Spaß Früchte- oder Pfefferminz-Tee das sind wirklich die besten Tees oder Chai-Tee wer den kennt so da erstmal fast wir lassen uns sozusagen die Verkaufsleiste ziehen Düdüdü dühdü dühdü pereldy dühdü 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 sooo brav, was Puck ich bin spaß mit dem声 bogen okay das dauert noch ein bisschen das fand ich tempore das ist neu mein update ist ja kann schon sein dass manche das alles bisschen komplexe geworden ist das habe ich glaube schon ich denke das habe schon am anfang erwähnt suche nach wirst du die mut dass sie glauben sind die ja ich brauche ein puk ich muss nur warten bis der nahe das dauert nicht so lange jetzt muss ich nämlich wieder von den dingern was sammeln wie viele sehen als dann gehe ich zuerst den kragen extra von den dingern was die tropfen brauche ich nur eins und dann habe ich kragen extra level 11 okay dass das geht eigentlich nach haupt toprat ist sehr hoch ist aussieht dann werde ich zuerst noch mal zu dem minister da gehen und tränke was richtig und professionell so vielleicht ich heißen ich hab dem südsch laut ist also ich habe sie richtig schön auf dem ohr also falls laut ist tut es mir jetzt auch wieder leid also mit wird sehr viel leid wie ihr seht am besten was wenn ich gar nicht erst lebe dann dann wäre es einfach am besten aber ja kann ich jetzt einfach nichts machen ja ja level 12 mal sehen irgendwas level 12 ah ja sehr gut sehr gut sehr gut ähm was brauche ich jetzt what the fuck die oh mein gott ich muss mir ohne spaß adblock rein tun leute es tut mir so leid es tut mir so leid es tut mir so leid glückten ja das dürfte das ist noch nicht kennen soo dann hätte wird es jetzt auch schon wieder nicht ja das hätten wir was soll ich nicht den Stab aaaah hallo sehr cool und jetzt poké bei rufen äh so ich denke ich werde der nächste mal ein bisschen ich werde ihn ähm es kommt jetzt äh season 4 die job wird schon season 4 raus ich denke das werde ich erst mal bisschen was aufnehmen was muss ich dann noch mit dem sebe klären wie wir das machen ob wir das zusammen aufnehmen oder ob jeder von uns einzeln so bisschen aufnimmt oder nicht wisst also ich werde für das dass wir zusammen ein paar runden spielen in der neuen season und voll abnuben so richtig so mit der 0 18 kd also ich habe ehrlich gesagt ich habe Bogenschütze noch nie so weit gespielt dass ich ein Tier hatte. Das für mich alles getränkt hatte. Ich war noch nicht so weit. So. Lass mich mal überlegen. Ah, noch eins. Okay. So. Sehr gut. Dann kann ich jetzt nämlich die Quest jetzt auch schon wieder abgeben. Ja, eine Quest nach der anderen. Das geht ja. Das läuft ja heute bei uns. Willst du 20 Minuten Part? Also geht das noch recht gut. Meiner Meinung nach. Also ihr könnt auch immer sagen, was ihr besser findet. 15 Minuten Part, weil die Abo-Box so behindert voll ist und ihr sonst nicht mit dem Schauen nachkommt. Oder sagt ihr, nee, ich will lieber 20 Minuten Part sein, weil dann habe ich auch was davon, dass ich ein bisschen länger was sehen kann und so. Also ich bin eher für die Nummer 2, für das, ähm, dass ich mehr sehen kann, dass dafür auch die Parts ein bisschen länger sind. Das von euch Parfum, das ist ein bisschen länger. Was ist denn das? Eigentlich braucht man das Buch gar nicht, ne? Erstmal wegschmeißen. Äh, ja. Dann mache ich das hier hin. Sehr gut. Das ist jetzt aber gar nicht so gut. Ähm, ups. Na toll, jetzt kann ich warten. Heute, morgen, 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 morgen. Das ist wiederholungsschress, deswegen. Das ist jetzt nicht an dem Moment, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Das heißt, die geht unendlich lang. Die können sich jetzt unendlich lang machen. Die werden vielleicht später eventuell benutzen, um ein bisschen Erfahrung zu farmen oder um ein bisschen Geld zu farmen. Das sind richtig gute Farmen-Methoden. Und ich weiß nicht, ich denke, ich werde bald mit Facecam machen. Einfach mal, weil YOLO. Einfach nur zum Ausprobieren, Facecam ein bisschen reinfühlen, so. Wer weiß, vielleicht kann ich das in Zukunft ein paar Mal brauchen. Und wisst ihr, was ich, denke ich, auch mal tun werde? Ich denke, ich werde mal meinen, äh, Skype-Account, es wird wahrscheinlich mega dumm sein, aber ich werde meinen Skype-Account in die Beschreibung packen. Nein, ich sage nur einfach, das heißt, wenn ihr mich ändern wollt auf Skype, dann müsst ihr euch den Namen jetzt genau merken. Lenzai 5. Also, E-I. Lenz... Ich kann sich aber L-E-N-Z-E-I 5. Ohne Leerzeichen, einfach nur 5. Also nochmal zum Witzschreiben, Lenzai 5. Ich werde, es wird wahrscheinlich mega dumm von mir sein, aber, hey, jetzt, jetzt, too late. Äh, Wächter-Goblins. Wo sind Wächter-Goblins? Erstmal nachgucken. oh, nee. Ich... Der Boss ist wirklich der schwulste, den ich kenne, wird er jetzt einfach mitten in den Goblins, und die Goblins ziehen echt gut. Fafaf, nein, 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 nein. Aber egal. Ich denke, ich werde jetzt auch schon mit einer Stadt bleiben. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder für den Part heute. lasst aber da, Like, Bewertung, Kommentar, würde mich alles freuen. Erinnert mich vielleicht auf Skype, vielleicht können wir dann LOL oder ein bisschen was anderes spielen, was ich mir dann vielleicht holen werde, oder ihr euch holen werdet. Also, tschüss Leute, bis zur nächsten Folge, und bye bye.